moin moin heute am dienstag 3.2 11.44 ist es vollbracht ja die abozahl des kanals xxx trading ist dreistellig juhu und das wird gefeiert zwar nicht mit champagner und nutten und koks sondern mit einer kleinen cashback aktion die ich mache die ich euch von mir aus bezahle ja das ist nicht an irgendeinen bonus geknüpft und zwar wer innerhalb der nächsten zehn tage bei stockpare sich einen account macht den mindestbetrag von 200 euro überweist schickt mir die anmelde e mail adresse dann prüfe ich das oder lass es prüfen über stockpare dass das auch dazu zu ordnen ist und bekommt 50 dollar cashback dollar weil bei mir alles in dollar läuft und 50 dollar entspricht so ungefähr 44 bis 45 euro und ich beweise euch das dann per paypal nach den zehn tagen wird erstmal gesammelt und bekommt es für paypal oder halt auch per banküberweisung wenn kein paypal vorhanden ist und ja wollte mich noch mal tausendfach bedanken und habe mir überlegt wie gesagt die kleine aktion zu machen für euch ist es ein win 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 situation für mich ist eine bestätigung dass der kanal eigentlich ganz gut ankommt und wird dann euch wie gesagt 50 dollar überweisen damit habt ihr dann im grunde 200 überwiesen bei stockpare bekommt dann nochmal 45 wieder also habt ihr im grunde effektiv bezahlt 155 euro und habt ein volles volumen von 200 euro dort zum treten das an keine sonstige bonus bedingungen oder irgendwie ihr müsst das volumen erreichen oder den betrag erreichen oder das umgesetzt haben gebunden ist gar nichts ja ihr habt 200 euro zur vollen verfügung und habt effektiv davon 155 nur eingezahlt und ja das hat jetzt zehn tage laufen wie gesagt schickt mir die e mail adresse nachdem euch registriert hat und die mindesteinzahlung gemacht hat und dann bekommt ihr dann nach den zehn tagen lasse ich das prüfen und ich sag mal nach 14 tagen überweist euch dann das geld gut das als kleines dankeschön von mir natürlich der link unten in der beschreibung über den anmelden müsst und dann wünsche ich euch gute trades und die woche ist noch jung und haut rein